Lalalalalalalalalalalalalala Ähh... Jungs, Mädels, stay away, yo! So, hm... Nase-Goreng, Alter! Halt die Klappe! Ja, wieso zieht der seine Waffe schneller als der andere? Kopf ab! Zack! Ja, du auch wieder, ne? Oh, cool, da kommen noch zwei weitere. Wollen wir eine große Party machen, oder was? Wollen wir wieder Party machen? Wollen wir wieder Party machen? Okay, wir machen wieder Party, yes, man! Wir sind schon mal wie Leute, lass uns Party machen, lass uns Party machen, komm her! Ja, und, weggesnackt! Ja, komm! Zack! 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 Ja, cool! Da kommt noch mal drei, vier, fünf Leute! Ja, ich hab nicht gesehen, was ich machen wollte! Ja, das ist das stumpfes Tasten-Smashing immer! Man kann wirklich im Kampf nicht so viel auf Takt zu gehen, weil man wirklich nur noch hauen muss, dann die Lock-Taste immer noch drücken! Äh, ihr seht das, ich halt immer noch den Anlass-Button! Ja, und ich wegg, ich, äh, ich block automatisch, ich weiß, es kommt sehr spät! So! Blablablablablablablablablablabla, ja, 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 ist gut! Ja, aber das ist ganz gut, eigentlich, äh, sehr sinn-frei, nein, äh, sehr gut! Ja, gut, labern mal weiter, ich hab hier ein Blutband angerechnet, hier müsste Blut liegen ohne Ende, aber es liegt kein Blut, 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 aber blablablabla! Ich würde nur etwas Durchbares tun! Äh, wenn ihr mich jetzt in die falsche Richtung bringt, dann hau ich euch! Das ist der Taschendiebstahl! Hier vorne ist der Taschendiebstahl! Eiskalt von hinten gemessert! Ach, hier müssen wir rein! Ja, wir machen erstmal Fat-Party, außer dass mein Kollege da ist! Der sich nicht bewegen tut! Ja, Buggy Templar, yes! Das is what I need! Hä? Templar auf Doom, Alter! Der Templar war genial! Der Templar war genial! Da, da ist was! Hi! So! Was? Hier ist ein Dieb! Ja, ich hab mich gerade gefangen! Tut mir leid! Ja! Geht! Und belästig deinen anderen! Ja! Wie konnte das passieren? Wer hat das getan? So ein kleiner, mieser Taschendieb! Alter, ihr aus was bist du geworden, ey! Aber das ist unfair mit dem Stehen! Das ist richtig mies! Dass der genau in der Mitte sitzt, Templar! Meine Güte! Das ist richtig mies! Was? Was ist vorgefallen? Was? Wer hat das getan? Sag es mir! Den hatten wir bestohlen! So, sie haben die maximale Anzahl! Joa, Leute! Dann würde ich mal sagen, raschen wir da mal rein! Äh, mit ein bisschen Taktik würde ich doch vorschlagen! Haben wir hier eine Leiter in der Nähe? Nein, haben wir nicht! Was? Was? Nehmt die Karte und sorgt dafür, dass die Wachen entsprechend postiert werden! Während der Prozession sollten wir sicher sein! Aber das Begräbnis bereitet mir Sorgen! Es wäre unseren Feinden ein leichtes, sich in der Menge zu verbergen! Das ist ein... Event, Mann! Dann postiert ihr nicht eigene Männer und durchsucht die Stadt selbst! Unsere Anwesenheit hat schon genug Aufsehen erregt! Ich kann mir vorstellen, wie das Volk reagiert, wenn Kreuzritter über ihre heiligen Städten marschieren! Dann solltet ihr vielleicht gar nicht teilnehmen! Er war unser Freund und Bruder! Und wir erweisen ihm unsere Ehre, wenn er diese Welt verlässt! Ihr beleidigt mich, wenn er etwas anderes verlangt! Ich postiere die Männer! Ich möchte keinen Ärger! Dann hört auf, Ärger zu machen! Und tut, was wir verlangen! Oh, Ärger! Ja, danke! Jetzt kann ich nämlich diese Scheiß... Warte! 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 So! Sind hier diese Behinderten wieder? machte er noch nicht Spaß? Und dann schließt ihr euch den Ball? Warte! So! Warte! Was foglive肉 machst du jetzt? Vers Hahne di Mexico! Das poured! Der Templer ist hier eint. Sp estudio der sind. Spia-Klockenze venir durch allgezogen. Ist klar, Alter. Das ist doch mies. Gut. Also er geht. Er bleibt jetzt da stehen. Mann. Ja, komm. Ja, man muss ja auch draußen rumlaufen. Er hätte zweimal zuschlagen können. Jetzt geh weiter. Meine Herren. Ich hatte mir die Person, der Jerusalem-Leber wachen während der Beerdigung von Majid Ad-Dins. Ja, Mann. Auf mal wird der Agro, oder was? Meine Herren. Ja, okay. Dann habe ich wieder meinen besten Kumpel. Mann. Mann. Das ist so aggro, Mann. Ja, das war's. Das war's. Die sind so stark wie die Templer, oder was? Willst du mich verarschen, oder was? Spiel. Okay. Naja, wir haben diese Scheiß-Mission. Mission. Nein. Hopp. Oh. Gut. Mann. Aber Jesus Hamburg. Möhm. Gags. So. Ähm. Wisst du was? Ich mache jetzt nicht weiter. Ich warte noch ab. Positioniere mich. Und würde sagen, das war's erstmal von dieser Aufnahme. Am Ende, in der nächsten Aufnahme, werden wir uns Robert de Sable ein Stück noch nähern. Also, ein bisschen näher, so Körper an Körper. Ähm. Also, Körper an Körper meine ich damit meine Klinge in seinem, in seinem, in seinem, ja, in seinem Körper. Also würde ich sagen, mir hat diese Aufnahme wieder Spaß gemacht. Vielleicht euch auch. Und ich würde sagen, bis dann und haut da rein und Cheerio!